Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Svenja und heute zeige ich euch diesen schönen matten Hero Look mit den drei neuen Hero Lipsticks und dem Setting Powder. Ich starte meinen Look mit Concealer und zwar habe ich den hier in der Palette. Da habe ich einmal Talea zum Abdecken und Cora für unter die Augen. Und ich beginne einfach mal unter den Augen mit Cora und trage den hier auf. Das ist ein schöner Apricot-Ton, der meine so leicht dunklen Schatten gut abdeckt. Und dann gehe ich in Talea mit dem Pinsel, nehme da ordentlich Produkt drauf und verteile es erstmal hier so auf den Wangen, um meine Rötung abzudecken. Und dann tupfe ich auch den wieder mit dem Finger so ein. So, weiter geht es mit dem Puder. Natürlich für einen matten Look möchte ich mich jetzt auch einmal komplett abpudern. Und da habe ich den neuen Setting Powder von Hero. Der kommt hier auch in so einer schönen Palette. Und zwar, das ist die Nummer 4 in Place. Das Schöne an dem Puder ist, der ist so leicht. Den kann man auch, wenn man gar nichts unten drunter macht und den nur so aufträgt, gibt der auch ein total schönes, glattes, weiches Finish. Und man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass man so komplett trocken ist. Und man kann ihn natürlich auch super noch ein bisschen auf die Augenlider machen. Dann sitzt der Lidschatten auch ein bisschen länger. Dann gehe ich weiter zu den Augen. Und auch da habe ich eine schöne Palette. Und zwar habe ich hier einmal meine Wow Brow drin für die Augenbrauen. Da habe ich ein Pressed Eyeshadow. Und zwar ist das Waff. Der ist auch ein bisschen dunkler. Den benutze ich für die Augen und für die Augenbrauen. Und hier habe ich Headroom. Das ist ein schönes Rosé Pink. Und das benutze ich jetzt auf den Augen. Denn mein Fokus heute liegt ja auf den Lippen. Also mache ich es nur ganz dezent an den Augen. Und trage es einfach, den Eyeshadow einmal komplett auf dem beweglichen Lid auf. So, weiter geht es mit der Wow Brow. Die habe ich in Medium für meine Augenbrauen. Dann nehme ich hier den Angled Liner 2.6 von Hiro. Und streiche hier vorne. Einfach mit der breiten Seite ein bisschen über die Augenbrauen rüber. Und dann gehe ich mit meinem Pinsel in den Eyeshadow Waff rein. So ein schöner, neutraler Braunton. Und fülle hier meine Augenbrauen noch ein bisschen auf. Jetzt kommt nur noch ein bisschen Mascara. Und zwar habe ich den Hiro Mascara in Deep Black. Den trage ich jetzt einfach nur auf den oberen Wimpern auf. Ich mache jetzt nur eine Schicht, weil es ein eher natürlicher Look ist. Man kann natürlich aber auch, wenn man ein bisschen wartet und nochmal drüber geht, auch noch ein bisschen dramatischer die Wimpern damit machen. Und das Schöne ist, der ist so klein und den kann man super immer in der Handtasche mit dabei haben. Oder auch zum Verreisen super mitnehmen. Was auch mit den Paletten total praktisch ist. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Stars des Videos. Und zwar zu den drei neuen Hiro Lipsticks. Zu den drei neuen Farben. Und die swatche ich jetzt erstmal für euch. So, als erstes nehme ich mir Wow. Und zwar benutze ich den als Blush. Und weil das so eine intensive Farbe ist, gehe ich einfach mit dem Finger an den Lippenstift und tupfe ihn dann hier auf meine Wangen. Und man sieht schon, es ist ziemlich intensiv. Und obwohl es ein Creme-Produkt ist, lässt er sich trotzdem gut auf dem Puder auftragen und vermischen. Und dadurch gibt es dann halt auch diesen matten Look auf den Wangen. Und weiter geht's mit den Lippen. Und zwar fange ich an mit Zäb, mit dem hellen Ton und trage den erstmal hier in der Mitte nur auf. Ich möchte noch Swoosh dazu nehmen. Und den trage ich jetzt von hier unten nach oben am Rand auf. So, und das ist mein fertiger Matta Hiro Look. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020